Willkommen beim Tutorial zur App Wohin du willst. Das ist Familie Schlau aus Burkhard Roth. Familie Schlau erklärt dir die App und ihre Funktionen. In Tutorial 4 erfährst du, wie du mit Wohin du willst Mitfahrgelegenheiten finden und buchen kannst. Tochter Julia studiert in Erfurt. Nach Erfurt oder von Erfurt nach Hause kommt sie mit der Bahn oder per Mitfahrgelegenheit. In Wohin du willst werden Mitfahrgelegenheiten, wie Busse und Bahnen auch, einfach in den normalen Suchergebnissen angezeigt. Um eine für sie passende Verbindung zu suchen, öffnet Julia die App. Sie tippt auf das Plus und die Fahrtensuche wird gestartet. Sie gibt den Startort ein und dann den Zielort. Um die von ihr gewünschte Haltestelle nicht wieder und wieder eintippen zu müssen, speichert Julia ihre Lieblingshaltestelle einfach als Favorit ab. Bei jeder neuen Fahrtensuche werden die Favoriten Haltestellen im Suchlauf gleich oben angezeigt und können schnell ausgewählt werden. Zurück zu Julias Fahrt. Sie wählt noch Tag und Uhrzeit aus und erhält die Suchergebnisse. Sie findet eine für sich passende Verbindung, dieses Mal eine Mitfahrgelegenheit. Mitfahrgelegenheiten sind mit dem Hinweis Buchen notwendig gekennzeichnet. In der Detailansicht sieht Julia, wie lange die Fahrt dauert und was sie kostet. Mit einem Tipp auf Buchen gelangt Julia auf die Website von Blablacar. Hier findet Julia alle Details zu ihrer Mitfahrgelegenheit. Sobald die Mitfahrgelegenheit vom Fahrer oder von der Fahrerin bestätigt wurde, speichert Julia die Fahrt in Wohin Du willst ab und markiert sie als gebucht. Und schon kann die Fahrt losgehen. Danke fürs Zuschauen. In den anderen Tutorials erklärt der Familie Schlau die weiteren Funktionen von Wohin Du willst. Viel Spaß beim Anschauen.